Warum ist eines richtig und das andere dann falsch? Weil du es wahrscheinlich verdreht hast. Nee. Du müsstest eigentlich. Habe ich nicht verdreht. So. Was soll ich bauen? Ich glaube es wäre gescheiter. Was brauchen wir denn dafür? Äh, falsches Ding. Wände. Ich brauche noch Nägel. 550 Holz habe ich einstecken. Hast du? Nägel habe ich. Aber ich brauche ein bisschen Platz. Ja, warte doch. Weil ich bin auch wieder voll mit Sachen. Das war ja da eine. Ich werde wieder das Teil brauchen. Ich gehe Holz hacken. Weil wir haben eh noch eine Kiste voll Holz. Sicher? Aber du werde sicher mehr brauchen, oder? Das weiß ich nicht. Na, ich glaube das schon. Aber das... Ist das außen oder ist das innen? Ich glaube das ist innen. Jawohl. Ja, siehste. Das ist Cinque. Also Doppelfenster. Also 20... Lars. Ist das Doppelfenster oder die großen Fenster? Äh, mach wie du möchtest. Du hast eigentlich das, äh, Fleischdennen. Ah, ist auch schon voll. Ich brauche eine andere Insel, da gibt es kein Holz mehr. Hm, wir müssen weiter reisen. Aber wir nutzen erstmal das Holz, was wir da haben. Was brauchen wir? Und du siehst doch bei mir im Stream, oder? Willst du das Fenster haben oder das Dreierfenster? Was sieht für dich am schönsten aus? Ich kann mich nicht entscheiden. Im Lager brauchst du ne große Fenster. Also die Doppelfenster, oder? Oder Einzelfenster. In einem Lager wenig. Also so ein Einzelfenster reicht, oder? Ja, ich glaube schon, oder? Oder meinst du ein wenig ein Licht? Hm, weil ich fände ja mehr Richter ein. Ja, dann mach halt... Ich weiß nicht. So. Was war hinter dir? Ich schau bei dir, ja. Was machst du? Ja, dann lass halt das. Ja, okay. Was fehlt jetzt? Äh, Holz und Nägel fehlen. Ja, ich brauch Holz. Aber der obere Raum braucht ja dann nicht zu groß sein, oder? Hm, bis dann entscheiden, eigentlich, ob da groß sein soll oder klein. Kann man ja ein bisschen kleiner machen, ne? Und der Brücke und und was hier oder so, oder? Ich hab, glaube ich, ganzen Nägel, der zwar ballert. Achso, muss man doch wieder was machen. Ne, ich hab jetzt alle im Inventar drin. Aber nur noch Holz. Es fehlt nur noch Holz. Ja, aber ich hab keines mehr. Doch, ich hab hier noch ne Kiste gesehen. Welches. Alles gut, Bruder. Alles gut. Aber ich hab ja... Das gibt keines mehr zum Sammeln. Ne, leider nicht. Alles schon weggelootet. Ja. Ich geh ein bisschen, äh, fahren wir halt los. Ich geh, ich geh ans Sammeln. Willst du dich auch ne Tür haben? Auf der Seite? Äh, warte mal. Ich renne rum, dummer dumm. Äh. Ja, dann haben wir halt beide Seiten reinrennen können. Ja, von mir aus. Äh, für mich vier Scharnier. So, woanders war das Metall drin. Der Müll, war da Müll drin da. Das brauchen wir mitten alle auch wieder, ne? Ja. Hier Stück. Ich muss mal wieder warten bis es aufgefüllt ist. Warte, wir bestellen es draußen hin, ich glaube es wäre schlauer. Was ist? Dass wir es draußen hinstellen. Das zum Wasser generieren. Den Berg kann man ja machen. Kann ich den dahin platzieren? Gibt das in die Ecke? Nein, es geht nicht. Da gehts. Da sitzt aber nichts drin, oder? Nein, muss man warten. Warum gehst du am Fleck? Hm? Warum gehst du am Fleck? Welchen Fleck? Du bewegst dich nicht. Doch. Schön bewege ich mich. Jetzt wieder. Weil ich gerade was geschaut habe. Achso. Möchtest du gar nichts platzieren? Ich geh mal tauchen, um mal wieder so ein Ding zu finden. Weg. Hm. Aber ich kann auf den beiden Seiten nichts platzieren. Hm. Ich glaube, da ist das dein Weg. Ah, oder ich habe kein Holz mehr. Ja, wir haben kein Holz mehr. Ja, wir haben kein Holz mehr. Hab ich doch gesagt. Wir haben kein Holz mehr. Wir müssen doch irgendwo in einer Kiste noch Holz haben. Was? Doch nicht. Wir müssen schon alles verballert haben. Doch. Ne, 472 Holz haben wir noch. Haben wir noch? Mhm. Mh. Brauchen wir Sand? Wir brauchen sehr viel Sand, wenn du Fenster haben willst. Oben. Weg mir Holz. Boah. Also bauen können wir jetzt nichts mehr. Holz, ne? Hm. 80 Stein, 5 Seile. 50, 60, 70, 80. Und? Wie viele Seile waren es? Äh, 5 Seile. So, hergestellt. Es war wieder Platz. Was soll ich denn eigentlich, äh, die Gläser hinstellen? Das Glas. Bitte was? Soll ich eigentlich das Glas hinstellen? Was? Das Glas. Was fürs Fertige, oder was? Hm. Äh, warte ich noch mal kurz auf, doch. In eine Kiste rein. Ja, in welche bloß? Das ist wurscht. Hier ist eine, was leer ist. Okay. Mach ich. Wo ist denn, was hier da ist? Hier komm. Nicht, dass wieder Geschrei raus ist. Er schmeißt wieder alles irgendwo hin. Und es regnet wieder. Aber wir haben daneben noch eine Insel. Nebenan. Er will da rüberfahren? Von mir aus. Na, warte, da muss ich zurückkommen. Oder hast du noch irgendwo Sand gesehen? Ich habe nämlich, äh, Sand gesammelt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist gut. Hm. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Fleißig und brav ist die Holo. Na? Oh. Ja, sonst wäre ich hier oben. Dann komm ich. Hm. Ich habe auch noch ein bisschen Sand. ein bisschen Sand, ein bisschen Sand, ein bisschen Sand, 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 Sand. Ich habe auch Sand gefunden. Ich habe Sand gefunden am Meeresgrund. Ja. Ah, warte, das ist so Sand. Richtig. Richtig. Ich bin ja mein Inventar. Wer? Wer ist der Trottel? Wie gesagt. Wo ist der Sand drinnen? Er ist, glaube ich, in der hintersten Kiste, der vorletzten. Ich komme auch zur Lücke, es ist kein Sand mehr. Wir haben schon den ganzen Sand weg. Ups. Weil die Kisten da beim Eingang müssen wir wegräumen, weil sie kommen ja rein und nicht raus. Ich bin wieder da, wer noch. Ich auch. Ich bin wieder da, wer noch nicht rauskommt. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Da bin ich hinter dir. Da bist du. Also weiter geht's, oder? Warum hab ich mit dir und die 40 Leben? Keine Ahnung. Bist du verhungert? Oder verdurstet? Eigentlich genug. Weil wir eigentlich noch eine Insel machen, dann Feierabend, weil ich werde langsam müde. Ja, wenn du möchtest. Sei denn du schon müde? Nein. Nein, langsam. Ganz langsam. Wenn wir schnell Holz sammeln und machen wir da ein Ding, dass nicht alles nass wird. Hm. Weil ich merke immer, wenn ich müde werde, wird meine Stimme immer tiefer. Was ist? Weil mir so, wenn ich müde werde, wird meine Stimme immer tiefer. Ah, es ist nichts mit deiner Stimme. Hm? Es ist nichts mit deiner Stimme. Nichts. Aua, hör aus. Stirb. Ey, ich blut dich. Stirb. Stirb. Nein, hör aus. Stirb. Hör aus. Schau dir den Arm. Hör aus. Ich will nicht sterben. Nein. Du hast einen verbanden. Hast keinen mehr. Ja. Hast du alles schon verbraucht aus? Naja, wenn sie so ausdauern, der mordet. Hab verloren. So. Ich brache zu ihm durch. Oh mein Gott. Habt ihr das alle gesehen? Der geht auf mich los. Oh, ich hab einen verband. So nicht. Ich hab einen verband. Ja, hier. Ich hab einen. Wir kommen, wir müssen auf die andere Insel. Wir müssen der Volk sammeln. Ja. Ja. Können wir das bloß zu machen. Bevor alles hin wird wieder. Weil ich sehe, er ist gerade nicht, wo wir hinfahren. Was? Ich sehe nicht, wo wir hinfahren. Äh. Nicht auf die Inder. Nee. Nicht auf die Inder. Ich glaube, die ist schon weg. Wir haben zu viel Mist gebaut. Also ich. Was? Die ist hier hinten. Da drüben ist der Inder. Mhm. Aber wir kommen da nicht mehr hin. Wie hab's zu? Nö. Wir müssen auf die nächste warten. Oh, mein Ohrchen tut mir weh. Mein armes Ohrchen. Schon wieder. Okay, warum hat sich das nicht nehmen lassen? Was denn? Was denn? Das ist eine Fass da. Ups. Wo ist denn das jetzt? Ja, ich bin nass, ich weiß. Mhm. Da drüber müssen wir, oder? Sind wir noch unterwegs, oder nicht? Ey. Wir segeln langsam dorthin. Was? Wir segeln langsam dorthin. Ganz langsam. Und gemütlich. Ganz langsam. Hm. Langsam und gemütlich. Oh mein Gott, das ist laut. Was ist laut? Der Wien. Bei mir nicht. Bei mir ist er nicht laut. Ich bin schon. Okay. Ich erreiche dir nichts. Erreiche dir nichts? voulais. Nur macht.. das Loch... Auf zu, auf zu... auf zu auf zu, auf zu, auf zu, auf zu. Auf zu, auf zu, auf zu. Also wir leben noch immer, wir sind gut. Mhm. Und ihr seid fast siebeneinhalb Stunden. Was? Wir sind schon seit siebeneinhalb Stunden am Sochten. Was war daneben? Siebeneinhalb Stunden holen. Wie, 20. Egal. 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 Wird ja nur knapp ne Arbeitstag sein. Richtig. Richtig. Egal. Egal. Wie ist denn, warum geht das nicht? Das weiß ich leider nicht. Das lass ich nicht nehmen. Was soll denn das? Was denn? Ich kann nichts nehmen. Wie du kannst nicht nehmen? Du musst doch voll. Nee. Na gut, wenn du brauchst, dann können wir nichts nehmen. Hahahaha. Jetzt geh ich da rüber. Wieso klau... Wieso klau... Wieso klau ich... Wieso klau ich dir alles? Hm? Wieso sagst du sowas, Volo? Es ist doch... Es ist doch für uns alles, was wir sammeln. alles nur für uns kannst du haben ja nicht erwischt weil er mich will das hast du leider nicht erwischt blöd das war auch daneben du hast daneben getroffen das war richtig daneben und daneben was denn ich habe 100 sand gekriegt daraus dann bist du verbaut eine andere möglichkeit gibt es nicht so Merkt die Einzelneher? Ah, wir fahren daneben vorbei. Wir fahren daneben vorbei. Es ist nicht gut. Oh, viele Bäume gibt es da auch nicht. Was? Viele Bäume gibt es da auch nicht. Ja, aber ein paar. Ein paar Pärchen. Ein paar Pärchen. Ein paar Pärchen. Ja. Oh, das war gemein. Was denn? Das passt doch. Da war so vor allem hier und dann ist er vor allem hier umgegangen. Boah. Vielleicht halt sowas. Das war echt gemein. Du weißt nicht. Du weißt nicht. Oh, wir kommen näher. Und immer näher. Auch wenn es nur langsame Schritte sind. Egal. Egal. Ich geh mal das wegräumen. Ich geh mal das wegräumen. Bis ich eingesteckt hab. Stand Stand. Stand. Wir kommen näher und immer näher. Hä? Wir sind angekommen. Wir sind angekommen? Hm. Okay. Anker los. So, wo sind die? Wo sind die? Wo ist das Holz drinnen? Was hat drüber Holz? Ich glaube es liegt überall Holz. Irgendwo drinnen. Hab ich gesehen. Mhm. Die Außenkisten, ne? Nee. Ja, ich glaube irgendeine kleine Kiste. Kann mich aber auch täuschen. Ja, du täuscht dich. dancer. Weißt du was, wie wir sie gefunden haben? No. Noch eine Höhle. Wieder eine Höhle. Willst du dich erforschen gehen? Von mir aus. Aber ich muss mir jetzt mal entleeren. Okay. Ich bin... ...maximum voll. Ich geh mal... Ah ja, da ist eine Höhle. Hm. Und deine brauchen wir nicht. Holz brauchen wir. Zum Saugelen. Zum Saugelen. Was brauchen wir eigentlich nochmal für eine... ...schwackel? Oh, ich weiß das nicht mehr. Oh, ich bin wieder vorne. Hm. Bücher brauchen wir. Und Seile, oder? Und... Holz und Textil. Holz und Textil. 50 Holz und 20 Textil. Holz und Textil. Das sind schonmal 5... Textil. Das sind schonmal 100 Holz. Hoppala, ich bin untergefallen. Ich bin untergefallen. Ich bin untergefallen. Ups. Ich bin untergefallen. Oh, ich muss wieder trinken. Holz und Textil. Wo sei denn Miss Hulu? Hier bin ich. Vor allem, vor allem. Wollen Luki machen in Höhle. Ja, ich komme. Dann musst du dich jetzt mal wahrscheinlich entleeren, oder? Ne, ich hab noch zwei, vier, sechs, sieben Platz. Oh, okay. Ich hätte hier noch was für dich. Danke. Äh, warte mal. Essen, na, trinken muss ich. Hm? Leid, trinken? Wie viel hast du eingesammelt, oder? Äh... Ich hab einen Fisch, ich kann nicht schrauben, ich missen ein Stück, das... Ich hab den Eis gesammelt. Nein. Dann ist die weg. Nein, hier liegt sie. Hier, bei mir. Ja. Llegst ihn noch mal hin, am Strand. Da siehst du's besser wahrscheinlich. Ja. Ja. Jetzt zieh ich's. Jetzt zieh ich's, ja. Mhm. Oh, oh, ich glaub ich brauch bald was zum... Zum? Einen neuen Speer, und für die Axt, und eine Schau... Gute Schaukel haben wir ja jetzt. Oh, der sieht auch gesund aus. Mhm. Und dann geht's tief nach unten. Mhm. Da bleiben wir stehen. Wer die liebe Hohle kann das nicht. Metall-Erz. Oh mein Gott. Stein. Ich glaub das war die... War das die, wo wir waren? Nein. Wo ich jetzt draufgekommen bin? Hier ist alles noch voll. Stein, Stein. Wir lösen noch Eisenerz. Na bitte. Hab ich sowas? Ja. Äh... Und abgebaut. Ich bin ein Meister-Looter. Das ist noch mehr Eisenerz. Wo? Bei mir. Du haust mit dem falschen Werkzeug drauf. Das ist doch nicht richtig, ey. Ah, jetzt ist weg. Weil ich glaube, das war's falsch. Weißt du... Ich glaub ich hab zwei gemacht. Ich glaub wir müssen da auch... Steinerz. Was ist Steinerz? Steiner. Steiner. Steiner! Sind noch Steine? Wovon bist du jetzt? Wovon bist du jetzt? Wieder zurück. Ich glaub wir müssen hier runter. Nein, ich geh da nicht runter. Ich komm da nicht mehr rauf. Dann geh ich runter. Nein, ich geh da nicht runter. Ja. Das ist wieder so ein blödes Dings, wo ich nicht draufkomme. Da lachen sich alle krumm und dämlich. Nee, nee. Nee, nee. Hey, hallo, Hundelein. Grüß dich. Ein Wunderschön. Hallöchen. Na du, wie geht's? Wer hat gesuchtet? Wer hat gesuchtet? Du? Du. Ich hab nicht gesucht. Uah, das ist alles Blut. Aber er hat heute nicht gespielt, oder? Nee, gestern. So, dachte er hat heute auch gespielt. Nee, der Tobi hat gestern gespielt. Donnerstag geht klar, Tobilein. Magst mir nur sagen wann. Alles schon geklärt. Bei mir ist alles gut. Nur, ich werd langsam müde. Sonst nix. Naja, junger Bub halt nix aus. Sagst du, ich bin schon seit 4 Uhr wach. Ich auch. Was heißt, seit ein finner Früh? Ja. Sicher. Bin ich aufgestanden, wird segel gegangen und da wieder niedergelegt. Bin ich nicht. Ich hab noch da und weiter gearbeitet. Geschuftet und geschuftet. Ohne Ende. Ah ja, siebeneinhalb Stunden haben wir schon. Hm. Nee, 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 nee. Ein Raumstation die ganze Zeit. Ich glaube, es ist eh bald Schluss. Alles gut, soweit uns selbst. Gags. Perfekt, Tolo. Nach 7,5 Stunden, kein Wunder. Nee. Aber wird das in 24 Stunden streamen? Nein. Niemals. Nein. Nein. Aber das ist cool, das Spiel. Ich bin nach 10 Stunden schon platt. Das gefällt mir. Das Dach. Nein. Ich meine, da geschieht zwar nicht viel. Na eh, Tobi erzähl ich grad. Da geschieht zwar nicht viel, aber... Ja. Recht interessant. Bin wieder da. Unten ist alles leer. Da, wer noch? Und wir sind auch fertig. Glaub ich. Ah, da geht's ja auch um. Äh. Hoppala. Ich glaube, da waren wir schon. Ja, da waren wir schon. Sind im Kreis gelaufen. Nudis. Tschüss. Sieht bisschen aus wie... Wie Raft. Ja. Alle sagen zu sie, das ist ne Kopie... Kopie von Raft. Ja, es ist doch aber schöner. Die Grafik ist viel schöner. Ja, sinds die Grafik und... Äh... Die Sachen sehen auch schön aus. Und der Hai fehlt. Hm. Und du kannst mehr erkunden. Du kannst Höhlen reinschauen. Hallo. Und der Hai fehlt. Hm. Und ich hole noch ein bisschen Holz. Ein bisschen Platz hab ich noch. Ich auch. Und hab ich noch Platz. Nicht so viel. Aha. Aber wieso wird mir der... Wir nennen's den Tobi, oder? Ja. Der wird mir aber unter den Zuschauern nicht angezeigt. Komischerweise. Ist inkognito. Hm. Inkognito? Inkognito. Dann ist der unsichtbar. So hab ich jetzt noch Platz? Nee. Jetzt bin ich voll. Ich bin da und auch nicht. Okay, warum bist du so weit weg? Wieso? Ich bin nur einmal im Kreis gelaufen. Nee. Ich mein... Ich mein... Ich schon ein bisschen. Hm. Weil ich bin beim Fluchs wieder. Äh... Ich bin nicht im Kreis gelaufen. Ich bin nicht im Kreis gelaufen. Haha. Ich schon. Ich wollte. Ich nicht. Das hab ich gemacht. Was denn? Da gehört das rein. Wir haben alles voll. Ja. 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 Es stimmt. Ich mach einmal dafür was. Ich schaffe Platz. Hm. Platz. Du machst Platz. Du machst alles Platz. Ich schaffe Platz. Du machst alles Platz. Mhm. Nee. Ich schaffe Platz. Also hab alle gehört. Hole macht alles Platz. Hm. Ich schaffe Platz. Du Platten. Du. Wer ist der Platten. Du bist der Platten. Du bist der Platten. Indianer. Platten. Indiener. Indiener. Platten. Indiener. Äh, was gehört da rein? Nach 50? Nee, gell. Man, noch irgendwen, wo... Hm, und jetzt untertrickt mein Hüftknick. Der Knick mit dem Hüftknick. Woher geben wir das Holz hin? Da, was du am besten findest. Wo Platz ist. Hm, eh schon wissen. Eh schon wissen. Ich will meine Schmäh ausieren. Eh schon wissen. Eh schon wissen. Da ist ja nie das Platz, bitte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eh schon wissen. Hm. Muss jetzt mal schauen, wo... Da ist Glas drin. Wie viel Glas brauche ich denn dafür? Zu was? Wende... 15 Glas... ...und... ...370 Holz. So, wo war ich jetzt? Oh Mann. Oh�� linear. Oh no 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 no... Oh no, no no. Oh no, no, no. Oh no 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 no... Please, no, please fucking no. Oh my god. Oh no 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 no... Please, no! Please, fucking no! Was denn? Oh man... Ja, was denn? Na nix, eh nix, eh nix... Sag amal... Please, no! Please, fucking no! Falsch? Wie falsch? Ha! Das haben wir richtig! Wie falsch? Ja, ich hab's falsch eingeräumt! Ach schon, du hast falsch eingeräumt! So ein Schlawiner! Wie falsch? Gesundheit! Gesundheit!